Die Firma Jorns ist ein Familienbetrieb in zweiter Generation. Wir stellen Schwenkbiegemaschinen her für den Hausbau, für den Baubereich. Unsere Maschine besteht aus mehreren Ständen und Armen und die werden auf einen Grundrahmen aufgeschraubt. Je nachdem, welche Blechticke Sie biegen wollen, desto mehr braucht es von diesen Armen und Ständen, welche wir dann auf dieser Maschine, die wir jetzt gekauft haben, produzieren. Wir wollten mehr Autonomität. Das heisst, wir wollten auch am Armen in einer Geistsschicht arbeiten können. Die zweite Überlegung war auch, dass wir diese Rüstzeiten, wo relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, die wollten wir extern machen. Das Ausspannen sollte extern passieren, damit die Spindel immer dreht. Und somit produziert sie nicht nur Späne, sondern auch Geld. Wir mussten eine Minimum-Fünf-Achsen-Maschine haben. Und das war mitentscheidend, dass wir uns schlussendlich für Starag entschieden haben. Durch diese fünf Achsen können wir eigentlich das Teil immer in diese Position bringen, wo wir dann bearbeiten können. Durch diese Maschinen werden wir natürlich auch flexibel haben, vielleicht noch Kapazitäten für Lohnfertigungen. Durch die Anlage, die relativ gross ist, mit den 1.250-Meter-Paletten, kann man Teile auf dieser Maschine bearbeiten bis zu einem Störkreis von 2,40 Meter. Also das ist das, was wir noch in die Maschine reinbringen. Die erste Erfahrungen haben gezeigt, dass wir sicher bei den 25 bis 30 Prozent landen werden, wo wir Zeit einsparen können.